Das Bundeskriminalamt möchte Sie unbedingt wieder haben, der Bund Deutscher Kriminalbeamter will Sie auch unbedingt wieder haben. In der EU evaluiert man gerade. Hier am Alexanderplatz auf dem Chaos Communication Kongress will man Sie nicht haben, die Vorratsdatenspeicherung. Das ist ein spannendes Thema, über das auch mächtig hier gestritten wird. Wir sprechen mit Ralf Bendrath vom AK Vorratsdatenspeicherung. Eine Gruppe, die sich schon sehr lange gegen dieses Gesetz einsetzt und nicht müde wird, dagegen zu wettern. So auch hier auf einer Veranstaltung, die gestern gelaufen ist, wo vor allem die Aktivitäten auf europäischer Ebene noch mal neu zusammengefasst worden sind. Hallo, Ralf Bendrath. Vielleicht noch mal kurz als Verständnisfrage. Was versucht diese Vorratsdatenspeicherung, diese Idee zu realisieren und warum ist der Widerstand dagegen so stark? Die Idee der Vorratsdatenspeicherung ist halt, dass man ohne irgendeinen Anfangsverdacht zu haben die gesamte Bevölkerung überwacht und deren Telekommunikationsverhalten aufzeichnet für den Fall, dass einzelne Leute eventuell mal irgendwann verdächtig werden könnten. Und das ist sozusagen eine grundsätzliche Abkehr von allen Ermittlungsansätzen und Kompetenzen der Strafverfolgungsbehörden, die wir vorher hatten, wo immer nur in Grundrechte eingegriffen werden durfte, wenn ein konkreter Verdacht vorlag. Und welche Meilensteine in der Auseinandersetzung hat es da jetzt schon gegeben? In Deutschland gab es ja Anfang März dieses Jahr das Urteil aus Karlsruhe. Wir haben ja in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Ein ähnliches, sogar noch radikaleres Urteil gab es vom rumänischen Verfassungsgericht. In Karlsruhe haben die Richter ja gesagt, dass sozusagen unter Umständen in ganz, ganz, ganz begrenzten Fällen und mit super Absicherungen, Richtervorbehalt und so weiter, die Vorratsdatenspeicherung vielleicht sogar grundgesetzkonform machbar wäre. Da streitet sich ja gerade die Regierung jetzt drum, FDP und Union. In Rumänien hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, die Idee von Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich, dass man einfach alle Leute überwacht, ohne dass irgendein Anfangsverdacht vorliegt, die widerspricht so im Kern dem Grundrecht auf Datenschutz, was ja auch in der europäischen Grundrechtecharta verankert ist, dass es einfach nicht geht. Spielt da der sekuritate Hintergrund des alten Rumäniens eine Rolle? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Rumänien nicht so genau aus. Aber klar, gerade die Leute in Osteuropa haben natürlich die Erfahrungen noch in Erinnerung. Nun gibt es einen Kompromissvorschlag. Die Daten sollen schockgefrostet werden, das Quick-Freeze-Verfahren. Da will man auf richterliche Anordnung zurückgreifen, auf die Daten, die einige Provider ja ohnehin aus technischen Gründen, aus betrieblichen Gründen speichern. Und die will man dann eben auf einen gesonderten Server überleiten und von daraus die in diesem einen Fall gesonderten Kommunikationsdaten eben für eine Ermittlungsdatei sozusagen aufbereiten. Ist das ein Verfahren, mit dem Sie sich anfreunden können? Quick-Freeze grundsätzlich ja. Das haben wir als AK-Vorrat ja auch schon immer gesagt, dass das die Alternative wäre. Da kommt es ein bisschen darauf an, was jetzt genau damit gemeint ist. Peter Schaar, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat ja auch vor kurzem da einen Vorschlag gemacht, der das dann, glaube ich, Quick-Freeze-Lite oder so nannte. Plus. Oder Plus, genau. Unser Ansatz ist zu sagen, sobald irgendwo ein Verdacht vorliegt und konkret gegen einzelne Personen ermittelt wird, kann die Polizei sagen, hier, lieber Provider, speichern mal ab jetzt die Daten von dem und dem Anschluss mit. Und wenn dann ein Richter sagt, okay, das war in Ordnung, dann darf die Polizei auch die Daten kriegen und auswerten. Was Peter Schaar vorgeschlagen hat, ist, dass man, ich glaube, eine oder zwei Wochen die Daten sozusagen grundsätzlich für alle speichert. Und dann im Zweifelsfall, wenn ein Ermittlungsansatz da ist, darauf zugreifen kann und die dann auch länger speichern kann. Das ist eigentlich schon eine Vorratsdatenspeicherung light. Das geht dann nur um zwei Wochen, nicht um sechs Monate, wie bisher vorgesehen. Aber es ist trotzdem erstmal eine Speicherung für alle ohne Anfangsverdacht. Insofern sehen wir das eher kritischer. Aber das ist zumindest interessant, dass in der Richtung jetzt Bewegung in die Debatte kommt. Und man so ein bisschen wegkommt von der grundsätzlichen Forderung, alles muss für alle dann sechs Monate oder sogar zwei Jahre gespeichert werden. Wie wichtig ist denn für Sie beim Quick-Free-Verfahren diese amerikanische Vorgabe, dass all diese Daten dann auf einem separaten Ermittlungsserver gespeichert werden müssen? Also gerade nicht bei Sicherheitsbehörden, gerade auch nicht mehr beim Provider, damit wirklich nur auf die Daten in diesem einen Fall zugegriffen werden kann? Also ich glaube, wo die Daten dann physisch liegen, ist relativ wurscht. Die können von mir aus auch beim Provider gespeichert werden, solange das ein abgetrenntes System ist, vielleicht sogar noch verschlüsselt, wo nur die Ermittlungsbehörden oder am besten natürlich ein richterlicher Schlüssel, wo das dann physisch liegt, ist, glaube ich, relativ wurscht. Das ist ja inzwischen eher alles vernetzt. Richterlicher Schlüssel heißt, dass das System technisch so aufgebaut wäre, dass nur die Richterentscheidung selbst, quasi auch digital umgesetzt, diese Daten öffnen könnte? Das wäre ideal. Das würde sozusagen auf technischer Ebene absichern, dass der Richtervorbehalt, der im Gesetz ja teilweise vorgesehen ist, kommt immer darauf an, wie die nationalen Gesetze dann geschneidert sind. Das ist europaweit nicht einheitlich geregelt, leider. Aber dass eben dieser Richtervorbehalt dann eben auch technisch umgesetzt werden kann. Weil sonst hat man immer die Gefahr, dass die Daten irgendwo gespeichert sind und dann irgendjemand, der an das System gerade rankommt, weil er da arbeitet oder jemanden kennt oder so, dass der trotzdem die Daten auswertet ohne Richter. Wie würde so ein Richterschlüssel aussehen, technisch? Das ist ja eine ganz einfache Verschlüsselung mit Public Key. Man verschlüsselt die Daten für einen Schlüssel, den sozusagen nur der Richter hat, mit dem nur der Richter das aufmachen kann. Und der Richter gibt dann auch nur die öffentlichen Schlüssel dafür weiter? Oder wie würde das aussehen? Ja. Okay. Jetzt wird es ja auf EU-Ebene auch gerade evaluiert. Was kommt denn da auf uns zu? Ja, das ist spannend. Die Richtlinie besteht ja jetzt seit knapp fünf Jahren. Also ziemlich genau vor fünf Jahren ist es vom Europaparlament beschlossen worden, kurz danach dann vom Ministerrat, also von den Mitgliedstaaten. Und jetzt steht die Evaluierung an. Der Bericht der Kommission dazu wäre eigentlich am 15. September schon fällig gewesen. Die haben jetzt mehrfach verschoben. Angekündigt, im Moment ist es für März. Und der Hintergrund dafür ist, für diese Verschiebung, dass die Kommission offenbar arge Schwierigkeiten hat, von den Mitgliedstaaten valide Daten darüber zu bekommen, dass diese flächendeckende Überwachungsmaßnahme wirklich absolut notwendig ist. Weil das ist sozusagen die Bedingung, das hat der Europäische Gerichtshof mehrfach gesagt, dass ein so großer und tiefgehender Grundrechteeingriff für die gesamte europäische Bevölkerung, 500 Millionen Menschen, nur dann legitim ist und im Rahmen der Grundrechtecharta erlaubt ist, wenn nachgewiesen werden kann, dass das strikt notwendig ist. Dass es also keine anderen Ermittlungsansätze gibt, wie eben Creek Fee oder anderes, die weniger grundrechtsinvasiv sind und die gleichen Ergebnisse haben. Und die Mitgliedstaaten können offenbar diese Daten nicht liefern. Aber die Vorratsdatenspeicherung ist ja so gar nicht in allen Ländern wirklich umgesetzt worden. Auf die Erfahrung welcher Länder bezieht man sich denn jetzt bei dieser Evaluierung? Na, die meisten Länder haben die Vorratsdatenspeicherung inzwischen umgesetzt. Es gibt halt die Fälle Deutschland und Rumänien, wo es vom Verfassungsgericht wieder gekippt wurde. Ein paar haben es noch nicht umgesetzt. Schweden zum Beispiel, Österreich und weiß ich jetzt gar nicht genau, wer noch. Also es gibt sozusagen, die meisten Länder haben es bisher. Die Länder hatten in irgendeiner Form ein Experiment, aber nicht alle. Natürlich kann man dann auch genauso sich die Länder angucken wie Österreich, die die Vorratsdatenspeicherung bisher nicht haben. Da ist es ja nicht so, dass in Österreich gerade Anarchie ausbricht und Kriminalität irgendwie das Straßenbild dominiert. Das Leben geht da genauso normal weiter, wie es bei uns auch inzwischen weitergeht, ohne Vorratsdatenspeicherung. Und die ganzen Kriminalstatistiken, auch die deutsche polizeiliche Kriminalstatistik, zeigen halt Vorratsdatenspeicherung hin oder her. Die Anzahl der aufgeklärten Straftaten, die Quoten da, ändern sich überhaupt nicht. Und sagt ja das Bundeskriminalamt, wir brauchen das unbedingt, weil wir ansonsten sowohl in der Terroristenbekämpfung als auch bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität einfach nicht die Werkzeuge haben, die wir brauchen. Denn das läuft über moderne Kommunikationsmedien, über Mobilfunk, über Mail, über Internet-FTP-Verbindungen und Ähnliches. Wenn wir das nicht haben, dann lassen wir eigentlich zu, dass organisierte Kriminalität sich entwickeln kann. Was ist dran an diesem Argument? Ich finde, das ist eigentlich ein Armutszeugnis des BKA. Das heißt ja, dass wir sozusagen vor der Vorratsdatenspeicherung und jetzt seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts offenbar nicht in der Lage sind, vernünftig zu ermitteln, ohne flächendeckende Überwachung der Bevölkerung. Ich kenne das BKA eigentlich anders und ich weiß auch, dass die andere Möglichkeiten haben. Es gibt ja immer auch Alternativen über Verfolgung von Finanzströmen zum Beispiel oder normale Ermittlungsarbeit an Verdächtige ranzukommen, ohne dass man gleich die ganze Bevölkerung dafür überwachen muss. Aber ist das Argument dann nur vorgeschoben? Ich glaube, die Strafverfolgungsbehörden haben natürlich grundsätzlich ein Interesse, so viele Möglichkeiten zu haben, wie sie eben gerade kriegen können. Und natürlich ist das dann ein Werkzeug, was sie ungern wiederhergeben oder was sie jetzt gerne wieder hätten. Ein hochrangiger EU-Kommissionsbeamter hat dazu mal im persönlichen Gespräch gesagt, dass es einfach schwierig ist, den Jungs ihre Spielzeuge wieder wegzunehmen. Aber das BKA ist, glaube ich, nicht die Instanz, die am Ende beurteilen kann und darf, ob so eine Maßnahme grundrechtskonform ist. Das machen dann eben sozusagen die Gerichte, Verfassungsrichter. Der Europäische Gerichtshof wird demnächst auch über die Frage urteilen müssen, weil aus Irland da ein Verfahren jetzt vorgelegt wird. Das BKA ist sozusagen eine interessengeleitete Partei. Und insofern nur begrenzt ernst zu nehmen. Die Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung hat ja in Deutschland schon immer stark emotional Fuß gefasst, weil es hier immer schon ein großes Interesse für Datenschutz-Privatsphäre gab, die so in den anderen europäischen Ländern nicht in demselben Maße Tradition und Verwurzelung zu haben scheinen. Wie gestaltet sich denn jetzt die politische Diskussion und die Vorratsdatenspeicherung auf der europäischen Ebene im Europäischen Parlament? Im Parlament hat die Debatte noch nicht richtig angefangen. Im Moment ist der Stand so, dass die Kommission eben im März den Evaluierungsbericht vorlegen wird. Dann geht wahrscheinlich im Parlament auch die Diskussion los. Zurzeit wird es eher noch so in Fachkreisen geführt. Interessant war vor drei Wochen eine relativ große Konferenz, die die Kommission da organisiert hatte, zur Evaluierung der Vorratsdatenspeicherung, wo relativ klar wurde, dass eben die Daten, die bisher vorliegen aus den Mitgliedstaaten, überhaupt nicht in der Lage sind nachzuweisen, dass diese Maßnahme wirklich strikt notwendig ist. Also teilweise haben die auch absurden Schrott wirklich, um es so offen zu sagen, vorgelegt. Die holländischen Behörden haben an die Kommission so eine Liste von 24 Fällen zum Beispiel übermittelt, wo angeblich die Vorratsdatenspeicherung total wichtig war, um Kriminalität aufzuklären und Ähnliches. 22 von diesen 24 Fällen waren aus einer Zeit, als Holland noch gar keine Vorratsdatenspeicherung hatte. Also bitteschön. Interessant war dann, dass die zuständige Kommissarin für Inneres, Cetilia Malmström, auf dieser Konferenz dann gesagt hat, sie glaubt, dass die Vorratsdatenspeicherung bleiben wird. Und das, obwohl noch nicht mal der Evaluierungsbericht vorliegt. Das ist natürlich ein ziemlicher Affront gegen alle Leute, die ernsthaft an faktenbasierte Entscheidungen glauben und eine seriöse Evaluierung. Wer muss denn diese Evaluierung konkret beurteilen? Wer bestimmt über den Ausgang dieser Evaluierung? Was in dem Bericht drin steht am Ende, entscheidet die Kommission. Die muss diese Evaluierung vorlegen. Aber dann geht es dann politisch weiter im zweiten Schritt. Das wird wahrscheinlich gegen Sommer 2011 kommen, dass dann von der Kommission ein Vorschlag kommt für eine Änderung oder Abschaffung der Richtlinie. Im Moment sieht es nicht nach einer Abschaffung aus, da kämpfen wir halt für. Aber es wird ziemlich sicher einen Vorschlag für eine Änderung geben. Vermutlich wird da vorgeschlagen werden, dass zum Teil die Speicherfristen verkürzt werden. Das wahrscheinlich auch europaweit einheitlicher geregelt wird, unter welchen Bedingungen, auch im Falle welcher Straftaten und so weiter, die Behörden überhaupt auf die Daten zugreifen können. Vielleicht wird es noch Ausnahmen geben für bestimmte Berufsgruppen, wie Anwälte, Ärzte und so weiter. Und dann wird sozusagen die große Debatte, der große Kampf im Parlament auch losgehen. Weil das Parlament in Brüssel und Straßburg muss dann am Ende entscheiden, wollen wir den Vorschlag der Kommission so annehmen oder schreiben wir da Änderungen rein, die vielleicht am Ende sogar dazu führen, dass das Ganze abgeschafft wird. Welche Chancen hätte da ein wie auch immer geartetes Quick-Freeze-Verfahren auf europäischer Ebene? Ich glaube, das ist im Moment noch ein bisschen früh, das wirklich einzuschätzen, weil die Diskussion gerade erst losgeht. Aber interessant fand ich, dass immerhin jetzt bei der Konferenz der Kommission vor drei Wochen zum ersten Mal explizit wieder Quick-Freeze als Alternative überhaupt in die Diskussion gebracht wurde. Insofern scheint sich da auch innerhalb der Kommission was zu bewegen und man ist offenbar nicht mehr ganz sicher, dass Vorratsdatenspeicherung das einzige Mittel ist. Wenn man sich zu so einem Quick-Freeze-Verfahren entschließt, ist es dann möglich, dass wir verschiedene Varianten europaweit bekommen oder wird man sich da auf eine Standardvariante festlegen? Ich gehe davon aus, dass es stärker harmonisiert wird als bisher. Was auch damit zusammenhängt, dass die Rechtsgrundlage jetzt anders ist mit dem Lissaboner Vertrag. Jetzt darf die Europa sozusagen auch konkret im Bereich Strafverfolgung und Ermittlungskompetenzen und so weiter sozusagen durchregieren. Das war vorher so nicht möglich. Insofern wird vermutlich da, wenn es zum Beispiel um Quick-Freeze gehen sollte, relativ präzise drinstehen, wie das genau geregelt wird. Natürlich werden dann die einzelnen konkreten Details immer noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden müssen. Aber es wird ziemlich sicher stärker harmonisiert werden als jetzt im Moment. Wird das bei Quick-Freeze auch, was die Art der Daten und der Datenerhebung angeht, ähnlich weit gefasst werden, wie wir das bei der alten Vorratsdatenspeicherung hatten? Also alle IP-Packchen, Sender, Empfänger, alle Mobilfunkverbindungen, alle Basisstationen? Ich glaube, wenn es darum geht, dass man nicht einfach alles pauschal für alle ohne Anfangsverdächt speichert, sondern nur im konkreten Einzelfall, wenn man Ermittlungsansätze hat, dann kann man von mir aus auch noch mehr Daten erheben. Wenn ich wirklich konkret ermittle und einen Verdächtigen habe oder mehrere, dann kann ich da auch an Daten ran, die bisher von der Vorratsdatenspeicherung gar nicht erfasst werden. Das heißt, dem Ackervorrat und der sonstigen anderen Gegenbewegungen auf politischer Ebene in Europa geht es eigentlich primär darum, einfach die verdachtsunabhängige Speicherung als solche vollständig zu verhindern, ist aber durchaus diskussionsbereit, den eigentlichen Wunsch der Antwortfindung auf die neuen Herausforderungen digitaler Netze für die Ermittler auch etwas zu bieten. Klar, wir waren nie gegen Strafverfolgung und gegen konkrete Ermittlungskompetenzen. Das ist ja wichtig, da haben wir kein Problem mit. Es darf bloß nicht sein, dass die gesamte Bevölkerung flächendeckend überwacht wird, weil eventuell mal ein paar von uns irgendwas anstellen könnten. Das geht nicht. Was sind denn jetzt so im Ackervorrat und in dieser Bewegung die nächsten Schritte, die jetzt dort hier auch besprochen wurden auf dem Kongress? Was wir im Moment überlegen, und ich hoffe, wir kriegen das hin, ist parallel zum kommenden Evaluierungsbericht der EU-Kommission einen eigenen Bericht vorzulegen. Da müssen wir sehen, wie viele Leute wir aus den ganzen EU-Mitgliedstaaten kriegen, die uns da helfen. Da brauchen wir im Prinzip 27 verschiedene Kapitel dann dazu. Mal sehen. Aber wer soll denn diese Daten generieren? Was wir erstmal machen können, ist sozusagen das, was die Mitgliedstaaten selber auch der Kommission vorgelegt haben. Das ist ja online verfügbar auf der Webseite der Kommission, das auszuwerten und einfach auf solche Widersprüche hinzuweisen, dass zum Teil da Beispiele drinstehen aus einer Zeit vor der Vorratsdatenspeicherung, oder wie die Ungarn dann an die Kommission gemeldet haben, sorry, wir haben keine statistischen Daten über die Verwendung der vorratsgespeicherten Daten, weil die bei uns meistens für verdeckte Operationen verwendet werden. Und da führen wir keine Statistiken drüber. Also solche Absurditäten einfach mal aufzuzeigen und da sozusagen den Finger in die Wunde zu legen, bei dem, was von den Mitgliedstaaten selber schon gerade vorgelegt wurde, das wäre ein Schritt. Und dann gibt es natürlich viele unserer Freunde auch in den anderen Ländern, die sozusagen wissen, was in den Ländern konkret los ist, die auch Missbrauchsfälle dokumentieren können, die einfach dann auf nationaler Ebene Fakten haben und Wissen haben, weil sie zum Teil auch mit Polizeibehörden reden und Ähnliches, was eben sozusagen offiziell von den Regierungen nicht gemeldet wird. Unser Ansatz wäre dann, das eben zusammenzutragen und einen alternativen Evaluierungsbericht vorzulegen. Was man häufig den Eindruck gewinnt, ist, dass in der Szene so ein generelles Misstrauen gegen die politischen Strukturen sowohl auf nationaler Ebene, aber eben auch auf europäischer Ebene besteht, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass eine solche Evaluierungsphase auch wirklich ernsthaft durchgeführt wird, dass das quasi schon ein abgekartetes Spiel ist und man sozusagen sich nur versucht, Zeit zu verschaffen durch solche Evaluierungsphasen. Was ist denn Ihr Eindruck, wie auf der europäischen Ebene da auch wirklich ernsthaft diskutiert wird und ergebnisoffen gearbeitet wird? Also uns hat es ziemlich geschockt, als eben vor drei Wochen auf dieser Konferenz in Brüssel die Innenkommissarin Malmström gesagt hat, sie geht davon aus, dass die Vorratsdatenspeicherung bleiben wird und das wohl noch nicht mal ihr eigener Evaluierungsbericht vorliegt. Also das ist nicht das, wie wir uns sozusagen ernsthafte Evaluierungen und Fakten-Evidenzbasierte Politikentscheidungen vorstellen. Da wurde aber dann auch ziemlich scharf gegengeschossen als Reaktion von diversen Teilnehmern auf der Konferenz, auch aus der Industrie, nicht nur von den Datenschützern und Aktivisten. Wir werden sozusagen die Kommission da beim Wort nehmen und uns den Bericht sehr genau angucken und wenn da Unsinn drinsteht, dann werden wir natürlich auch darauf hinweisen. Welche Rolle spielt die Präsentation dieser Themen hier auf dem Kongress? Ich glaube, dass die Leute hier sehr interessiert sind an diesen Themen. Also mich hat es erstaunt, dass der Saal gestern, als wir den Vortrag dazu gehalten haben, sehr voll war. Das war der große Saal. Und man hatte vielleicht über das Jahr jetzt so ein bisschen Angst in Deutschland, dass der Schwung raus ist aus der Bewegung. Die Vorratsdatenspeicherung existiert ja in Deutschland nicht mehr seit dem Urteil aus Karlsruhe, seit März. Es gibt sozusagen auch politisch nichts zu kämpfen. Der Kampf findet ja im Moment zwischen Leuthauser Schnarrenberger und dem Maizière statt. Da haben wir ja nicht große Aktien drin. Aber was hier mir nochmal klar geworden ist, ist, dass die Leute wirklich inzwischen besser mitkriegen und verstehen, dass man sich um die europäische Ebene kümmern muss. Und es eben nicht nur reicht, in Berlin oder in Karlsruhe aktiv zu sein, sondern man wirklich nach Brüssel gehen muss und sich auch sozusagen über die verschiedenen Hauptstädte hinweg vernetzen muss und eben jetzt den anstehenden Kampf in Europa führen muss. Und da haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Also da sind auch immer eine Reihe von Leuten jetzt wirklich motiviert und engagiert und wollen mithelfen. Also Impulse, die hier vom Alexanderplatz aus nach Europa gehen. Mal schauen, was im nächsten Jahr dabei rauskommt. Vielen Dank an Ralf Gendrath für diese Einschätzungen, für diese Informationen. Gerne.